So, ich hoffe, dass ihr euch genauso gut hier alles dekoriert habt, wie wir das hier gemacht haben. Und wir wünschen euch ein wunderschönes neues Jahr 2017 und ganz viel Erfolg und ganz viel Freude. Genau, viel Gesundheit. Ich hoffe, ihr habt euch schöne Ziele gesetzt. Ja, und in diesem Sinne, Prost und ein frohes neues Jahr von Spaß mit Flaschen. Genau, guten Rutsch. Genau, guten Rutsch, wollte ich sagen. Prost.